hallo und herzlich willkommen zum sports to stay wir spielen wieder spiel soccer manager 2016 ich lade das spiel mit 96 und ja das war ja pokal aus ja gut 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 unser spielplan ist als nächstes gegen augsburg tabelle augsburg ist auf dem vierzehnten wir sind auf dem elften wir könnten es schaffen aber ich weiß es nicht große unzufriedenheit und die bilanz wird mein geld wird immer weniger ich gebe noch nicht mal was aus noch nie mein spieler gekauft aber es wird immer weniger geld das kann nicht sein mensch was mache ich mir falsch eine gesperrt ausgesperrt schlecht sehr gut transfer ich muss mehr leute loswerden ich habe einfach so viele leute zu viele leute die so viel geld kosten obwohl wenn ich dann gute spiele habe und dann halt warte mal was habe ich hier gedrückt und wenn ich gute spiele habe und ich besser spiele kommt natürlich wieder mehr zuschauer und dann möchte ich wahrscheinlich bisschen mehr geld wieder machen automatik ok ja stürmer brauchen wir hier gar nicht auf ausleihen setzen was haben wir noch schönes hier taktik der ist zum ausleihen gegeben ich verleihe jetzt mal alle spieler also setzte alle spieler auf ausleihliste die unter 80 fähigkeitspunkte sind taktik außer den dritten torwart nicht den ach ne der ist schon taktik das war jetzt der war schon auf ausleihliste setzen taktik fose ist glaube ich schon drauf ne auf ausleihliste setzen taktik taktik pia auf ausleihliste setzen taktik taktik und san maximi den kann ich gar nicht ach der ist nur ausgedient ne in erste mannschaft versetzen und dann auf ausleihen taktik taktik so taktik aber hier noch einen da der torwärts ok gut das ist normal so dann werde ich mal sagen gehen wir es zum nächsten spiel über oh pokalauslosung gegen den sind wir rausgepflogen gegen Wolfsburg war das 8 zu 7 ne pokal los 8 war das das pokal los 7 so 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 gehen wir weiter bayern münchen gegen bayern leverkusen 2 für bayern münchen ok gegen augsburg gegen augsburg dann lassen wir die anweisungen sind aggressiv direkt schnell angriff stark variabel deswegen ist wahrscheinlich warum immer so viel bei mir verletzt sind oder gesperrt und ach das ist der spiel ganz viel hart Nein, nein. Das kann man nicht mehr machen. Wir verlieren. Nicht nochmal. Tschöö. Ah. Konter leider nichts. Kommt schon 96. Nein. Super, super. Konter. Warum klappt bei mir Scheiß? Konter nicht. So, es ist 1-0. Okay, können wir nichts machen. Vielleicht wechseln wir den ersten aus. In der 60. Minute. 50. Auch nicht schön wieder. Jetzt ein Konter. So, jetzt kommt der erste Auswechsler bei mir. 93. 93. 93. Ja, Schmiedbach. Indefinitionsbittefeld. Zentrum. Wie nehmen wir den? Den holen wir den. Güselam oder Yamaguchi. Wer war am besten? Häuser. Yusilam. Yamaguchi. Alle gleich. Ach. Nimm wir den Yamaguchi. So. Und weiter geht's. Nehmen wir aus. Yamaguchi rein. kommt der nächste auswechsler 2991 2991 ich muss ja immer auf form schauen wie die spielen wie die moral von denen ist komm wechsel mal den mal wir machen das mal anders und wechseln immer nachher form geht so aus vielleicht ist das ja besser rot ich hab den grad eingewechselt und jetzt hat er rot das kann nicht sein oh ne tschuldigung 2-0 verloren was soll ich da noch machen was soll ich da noch machen so 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 ich muss irgendwie besser werden als trainer ja transfer schließt bei soll mit transfer ich hab kein geld hallo so so automatische aufstellung gegen bremen ok ok jetzt machen wir das auf wir wechseln die Leute nach der Form spinnen scheiße kommen sie raus und nicht wie es gesundheit gibt vor dem nur halt nach der Form das ist vielleicht ein bisschen besser kommt aber anscheinend gibt es bei den Spielen sowieso nichts und das 0 zu 1 gegen bremen Der Befreiungsschlag. Und dann 60. Minute, die wechseln wir wieder aus. Und dann noch mal wieder. Hallo? Na? So, wer ist der schlechteste Spieler? Sakai? Sakai Mittelfeld rechts? Oder Verteidigung links? Verteidigung links ist erstmal ein bisschen wichtiger. Da haben wir nur Prieb. Also Schulz raus. Den Prieb. Würde ich sagen. Schulz gegen Epp. So. 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 Vergessen zu wechseln das zweite Mal 2-1 verloren Welchen Platz sind wann jetzt? Wollte doch aufschreiben fällt mir gerade ein Also wir haben zuerst gegen Augsburg gespielt Augsburg in Klammern Platz 14 war das und Bremen Platz weiß ich jetzt gar nicht Ich habe gar nicht nachgeschaut Ok Dann kommt jetzt der Spielplan Als nächstes kommt Dranner Hoffenheim Hoffen Jetzt habe ich Hoffenbein geschrieben Hoffenheim 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 auf Platz 8 Oh Bremen 17 17 Die waren Vorher Auch 17 Und wir sind jetzt Platz auf Ich glaube waren wir gerade auch schon Egal Egal Wir haben 24 Punkte Wir können noch absteigen Aber Es müsste schon viel passieren dass wir jetzt noch absteigen Weil hier steckt Weil hier steckt ja nur der 18 und 17 ab Weiß gar nicht Gibt es hier auch Relegationsplatz So wie es aussieht nicht Der ist nicht extra eingerahmt Naja Dann Ergebnis von Bremen Eingetroffen Spiele Betreuer Betreuer empfehlen Trainingseinhaltung für Spieler Ja wie mache ich das Habe ich noch gar nicht gemacht Torwartspiel Torwartspiel Torwart Hier machen wir Defensiv Und das ist Verteidigung Und Defensives Mittelfeld Einmal Defensiv Und Einmal Technik Offensiv Psyche Fitness Ich weiß es nicht Was steht hier alles Plus 1 Hier ist alles Minus 1 Machen wir mal Fitness rein Ne Fitness 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 Wohin Stürmer Machen wir mal Psyche 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 Psychopathen Ja Mittelfeld Grünes Mittelfeld Da machen wir Fitness rein Psyche Psyche Fitness 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 Warum ist der hier auf Technik Na ja Egal Und Standards Situation Abwehr muss auch Fitness sein Genau wir machen Abwehr Fitness Und Im Mittelfeld machen wir gleich alle auf Standards Fitness 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 Dann machen wir Standard rein Torwart Ah, komm, knall mal Psycho ein. Taubertspiel um Psycho, na, brauchen sie nicht. Die Abwehr macht bei mir nur Defensiv und Fitness, Mittelfeld macht bei mir Technik und Standards, genau. Defensiv, Fitness, Technik und Standards. Technik und Standards. Offensiv und Psycho, da müssen wir bei Offensiv was anderes machen. Schauen wir gleich mal. Technik und Standards. Also da haben wir Torwart und Psycho, Abwehr, Defensiv und Fitness, Technik und Standards. Defensiv haben wir Technik, Offensiv, Psycho, Fitness und Standards. Oder nee, komm, wir machen den Sturm als Standards rein. Und den machen wir als Fitness Standards. Und wieder alles umändern hier. Ach je, ich mach hier ne Scheiße. Ach, warum war ich denn da? Fitness rein? Psycho? Ne, warte, doch, lass mal Fitness. Wir machen die ganze Abwehr bei mir Psychopathen rein. Also alle die hinten spielen sind Psychopathen bei mir. Hm. Und was heißt ehemaliger Torwartspieler? Psycho, 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 ich hab viel zu viel Abwehrspieler. Wofür brauche ich eigentlich so viele Leute? Ich verliere doch sowieso. Technik, Fitness. Defensiv, Psycho, Psycho, Fitness. Defensiv, Psycho, Fitness, Technik, Defensiv, Psycho, alle und Tabatsspieler. Okay. Kann man die nicht kündigen hier. Betreuer. Was soll ich mit Betreuer? Wie kostet das Geld? Könnte nochmal upgraden. Bisschen Geld habe ich ja noch. Dann dauert das. Okay. Aber weiter gehts. Weiter gehts. Okay. Was war mit dem Vorstand? Stimmt ab. Der Vorstand schon wieder ab. Okay. Die Transfer ist derzeit geschlossen. Ah, ich kann keine Spiele mehr verkaufen. Mein Transfermarkt ist so. Naja, mein Transfermarkt nicht. So Hannover gegen Hoffenheim. Das ist das letzte Spiel für heute. Und dann würde ich sagen. Das war's. Automatikaufstellung. Okay. Ist alles. Paletti. Ähm. Lassen wir mal. Und schauen wir mal. Was abgeht. Naja. Durch meine Trainingseinstellungen. Wird wahrscheinlich sich. In diesen Spielen. Unmerkbar machen. Das dauert ja auch noch mal ein paar Spiele. Bis das. Eintrifft. Übernach. Wie gesagt. Ich denke mal. Bei Trainingseinheiten wird man dieses Spiel nicht selbst sehen. Und. 2-0 Jetzt kommt das 3-0 3-0 3-0 Da taucht mich glatt von den Socken hier So, bei 60 wieder wechseln 60 wäre es der schlechteste Spieler, die waren Stürmer Und Zieler, ne, Zieler ist aber drin Ja, Zieler ist aber drin Dann nehmen wir den hier Wechseln den aus, gegen Zipich Und starten Da kommt der Wechsel Zubic kommt rein, der darf jetzt auch mal ein Tor schießen Und bei 75 Warte ich den nächsten wechseln 6 Zubic Oh, der hat mir 6 Den kann ich ja nicht auswechseln Den habe ich doch gerade eingewechselt 94 94 99 99 Dann nehmen wir Sakai Defensiv ist Ach ne, Mitte fällt rechts ist Sakai Mitte fällt links Zentrum Mitte fällt rechts Da kommt Klaus rein Und Na ja Da wird jetzt heute mal richtig gefeiert und das gegen den 8. Oh, das war schön. Schmiedebach, der beste Spieler. Schön, schön, schön. Das freut mich in meinem Herzen. Machen wir den Spieltag noch zu Ende. Sonntag. Und Montag. Gut, da ist kein Spiel mehr. Jetzt schauen wir mal auf der Tabella, ob wir schon Platzwitz stehen. Auf der 9. durch einen Sieg. Oh, ist das schön. Es waren 29 Punkte. Ich denke mal, jetzt werden wir nicht mehr absteigen. Es sind allerdings noch 13 Spieltage. Also, da ich ja jetzt mal drei Spieltage mache, werde ich ja auch. Ich schmeiße jetzt hier meinen coolen Schreiber weg. Drei Spieltage mal machen, werde ich wahrscheinlich das in fünf Wochen durch haben, diese Saison. Fünf Wochen. Boah, ist auch ein Monat. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.